das ist ein das ganze neue Video von Aquatic ich hätte eigentlich eine ähm warum es wohl gewerben sollen ja das Spiel ich kenne ist ein Ballerspiel aber dann habe ich endlich die Aufnahme verworfen weil sie mir zu viel gelegt hat ja ich habe kein Schwert das schafft heute nicht weiß gerade nicht warum meine Stimme ein bisschen schlecht ist aber ich werde wahrscheinlich krank ähm ja ich nehme ihn in Aquatic und ja manche rücken sich beim letzten äh sorry das letzte Aquatic habe ich nochmal hochladen müssen weil ich habe vergessen ich habe das irgendwie auch richtig gelöscht ja ich weiß ich bin dumm wissen wir auch weiß ich auch schon ähm ja super laut weil manche haben sich beim letzten Video eben aufgeregt äh dings auf dem Handy Minecraft auf dem Handy äh scheiße äh ne 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 dann wenn ich das ihnen nicht gefällt dann schaut nicht meine Videos oder und außerdem wird das nicht für immer so sein weil ich bekomme so zu meine Bio irgendwann wieder ich esse eigentlich keine also kein Fleisch aber manchmal muss sein das 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 ich das das war gut und den 1 und ich dachte Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt brauche ich nicht mal Luft. Ich glaube, ey, da wollte ich nicht drücken. Ich muss es ja nach oben verschieben. Ich glaube, darum habe ich was gesehen. Alter, war das knapp. So, wir suchen weiter. Oh, yay. Ich hoffe, wir finden hier was. Auf jeden Fall nice. Einen Ertrunkener mit einem... ... mit einem gar nichts. Alter, wo sind die Dichys Racks? Oh mein Gott. Cool. Ich brauche was mit Essen. Sorry, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das bekomme ich nie wieder. Wo bin ich? Das ist noch ein Schaff. Jetzt muss ich meine Skills in Minecraft beweisen. Jetzt habe ich die Aufnahme... keine Ahnung. Ey. Uff. Loll. Mit... Dreschling? Digger was? Lol. Da kann ich ein Fisch auch holen, oder was? Aha, ein Fisch haltet mehr aus wie ein dummes Schaf. Zwei Hits? Egal. Suchen wir mal meine Items. Aber nichts besseres zum Tunnel. Vielleicht sehen wir so ein bisschen... Ein paar Schifwracks. Auch da wie es gerade liegt. Ja, ich sehe kein Items, ich sehe kein Schiffwrack. Es läuft bei mir. Na komm, egal. Unterhaltet euch lieber. Es wäre richtig nass, wenn wir noch ausfinden. Junge, hier ist nicht mehr so eine Unterwasserstadt. Digger. Ja. Oh, shit. Aha, ich stelle wieder. Ja, mhm, geil. Ich will mal so in die Richtung nach Hause. Oh. Keine Luft. Ich habe das Gefühl, dass ich mein Zuhause nicht mehr finde. Ich habe da unten was gesehen. Oh, Algen. Ja, wer kann es nicht? Oder war da doch eins? Mal. Die kommen sich in allem aus wie ein Schissfrack. Ich möchte doch nur einen Schatz. Für den Akvisator. Man hat mich schon weiter überw scienet vidéos. I love that. Ich glaube, das sehe ich da was. Jo. Keine ordente. Gar nichts. Nur der Trunkner, der mich töten wollte. Ach, knapp. Easy. So. Jetzt sind wir wieder zu Hause. Oder? Noll. Ich wohne nicht hier. Ich glaube, ich wohne da drüben. Hier ist viel besser. Digger, hier ist viel besser. Hier nehmen wir Schildkotten. Ist gleich Schildkottenhelm. Ist gleich Unterwasserhaus. Alter, richtig nice hier. Wie viel Schildkotten dem hier? Lol. Ist natürlich eine Insel. Und ich wohne drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier zwei Videos werden. Aber... Ich wollte auf Pause drücken. Ich wollte schon spätestens... Dann habe ich das Video ausgemacht. Und... Wir sind auf jeden Fall auf dieser Schildkotteninsel. Da, wo gerade keine Schildkotten sind. Und ja. Wir sind jetzt hier gerade am umziehen. Also wir... Wir sind... Wir werden jetzt umziehen. Wee. Ach... Aquatik. Das ist einfach nice. Aber ich freue mich schon auf die Konzone. Ich freue mich schon auf die Konzone. Ich freue mich schon auf die Konzone. Ich freue mich schon auf die Konzone, Alter. Wird richtig nice. Ich werde hier auch Farmen machen. Mit Schildkröten. Aber dafür brauche ich bei uns Hoffnungkeit. Oder... Ich lasse welche Konzone vermehren. Ja, ich glaube, ich werde das mit dem vermehren machen. So, dann gönne ich mir mal meine Items. So. Das haben wir. So. Das haben wir. Das auch. Dann die Kiste noch hier. So. Das müssen wir mal alles gönnen. Oh, die Nautilusschall habe ich ja schon eine. Und dann schwimmen wir mal die Insel. Würde ich sagen. Ich hoffe, dass es die hier ist. Aber ich glaube schon. Das müssen wir nach oben verschieben. Sorry. Ähm. Ist das die Insel hier? Jo. So. Dann stelle ich meinen Himmel lang auf. Habe ich zufällig eine Kulle. Ne. War klar. Ja. Eine Kiste. Ein Werkmensch. Ein Werkmensch. Kein Holz. Und ein Ofen. Und ein Ofen. Ja. Ich brauche jetzt die Holz auf der Insel. So. Ich packe mal das Essen rein. Das könnte brennen. Das könnte brennen. Ich habe Essen. Nice. Ich könnte mir noch ein Schwert kaufen. Ach ne. Aber ich packe mal die wichtigen Items hier in den Chest. Das. So. Habe ich hier eine andere. Ja. Nein. Das lasse ich da rein. Das packe ich weg. Das packe ich weg. Das. 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 Das lasse ich mal. Muss ich anpflanzen. So. Ja. So ist gut. Das. Nö. Kannste mal hier drin. Danke. Ja. Wo ist Ralf? Wo ist Ralf? Ja. Hier pflanzen wir mal ein bisschen Zuckerroben. Möchte ich eigentlich um die ganze Insel machen. Das sind freshers. So. Möchten wir mal hier bis hin. So. also wenn ich die zwei videos hier zusammenschneide weil ich habe dann wird das video hier sehr viel arbeit das heißt lasst man einen meisten weg nach und ich habe kein holz Körnchen nach hinten in der Tat und in der Klinik und zu er das ist im Start es ist richtig nass sich die schildkröten inseln ab wie so mein strand aus hier oben mit dem video ein bisschen umgezogen und ich werde noch das zuckerrohr hier abbauen und dann ja das ist hoch und tschüss